Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 4.10.2024 und unser DAX ist hier noch eine Etagetiefe abgetaucht. Wir hatten gestern schon darüber gesprochen, dass vom Eindruck her, naja, nicht so prall aussah. Schon am Mittwoch hatte ich deswegen gesagt, ich würde mir weitere Tiefs auch vorstellen können und wir hatten darüber gesprochen, wie es denn dann aussehen müsste, um bullisch zu arbeiten und negativ zu arbeiten. Und wenn wir das jetzt so betrachten, müssen wir festhalten, da ist von all den Varianten, die wir für die bullische Perspektive besprochen haben, nichts dabei gewesen. Also es sieht eher aus, es steckt ja noch so halb im negativen Szenario für den Donnerstag drin, was ja dann eben auch noch bis zu dem Gap-Kloss hier Platz geben sollte, wenn er eben da oben das nicht hinkriegt, sondern 19.20, 19.50 nach oben zu drehen. Und er hat ja auch probiert, die 19.000 nach oben anzuziehen. Ja, kurz da drunter gesetzt, wieder hochgezogen. Er hat das ja probiert, aber DAX, also das war nichts. Ja, das war nichts. Das war zu schwach, das war zu wenig. Aber man sieht trotzdem, dass hier trotzdem noch Käufer drin rumfuchteln, die ganze Zeit. Ja, also da gab es einige Aktien, die haben insbesondere letzte Woche jetzt wirklich Kaufsignale gebildet, nachdem da es monatelang nur nach unten geht. Es passt jetzt überhaupt nicht zum DAX, ja so vom Erscheinungsbild, aber es ist ja wirklich so. Wir haben im Webinar da einiges durchgekriegt, was wirklich jetzt monatelang nur gefallen war. Und jetzt haben die letzte Woche einen Umkehrsignal gebildet. Und da gibt es bestimmt die ein oder anderen Käufer, die dann eben jetzt, wenn die Dinger dann jetzt hier wieder ein bisschen runterkommen nach dem Umkehrsignal, sich sagen, okay, jetzt habe ich hier ein günstiges Chancenrisiko, weil das probiere ich dann einfach mal. Und dann sieht das so aus, wie es aussieht, ja. So richtig von, mit handeln konnte man ja nichts. Wir haben gestern gesagt, wenn er unter 1,50 nach unten treibt, würde ich einen eher Short handeln bis in die 19,20 rein, ja. Toll. Toll DAX, ja. Also wenn er dann eröffnet bei fast 19,20, kann das da auch keiner mehr so nutzen. Sehe ich natürlich in dem Moment, wo ich abends, kurz nach 22 Uhr das einspreche, nicht. Ja. Hilft auch nicht, wenn ich bis früh um 8 warte, um die Analyse zu eins zu sprechen, weil dann ist an allen anderen Tagen dann zu spät, wenn es die Leute erst um 9, um 10 haben. Das ist nun dann Pech gehabt, ja. Das ist nun Pech gehabt. Und so wird es, denke ich, vielen gehen, die ja einfach ein bisschen unglücklich laufen momentan auf der Short-Seite in ihren Fortversuchen. Da will ich aber gar nicht so viel zu erzählen. Das haben wir gestern gesagt. Das ist eben noch nicht so ein richtiger Bärenmarkt. Wenn man sich rein dieses Bild hier anguckt, dann kann man schon ganz alleine von diesem Bild ableiten, dass alles unterhalb der Mitte dieses Bildes hier viel, viel, viel leichter Short zu handeln sein wird, wie das hier so oben. Ja, hier oben braucht man jetzt ein bisschen mehr Geduld, Sitzkraft und auch ein bisschen noch so auf Bullenfallen und Bärenfallen gucken, ja. Dass man so einfach versucht, dieses Top-Loss-Niveaus, wo man, wo andere Shorter jetzt die Top-Loss hinpacken würden und dann da vielleicht auf eine Umkehr wartet und dort einsteigt. Aber das ist halt, ja, es ist halt, es ist halt wie es ist so. Und jetzt ist er, jetzt ist er im Programm her, wie gesagt, so halb im Donnerstagsprogramm stecken geblieben. Er ist ja alles, was er von hier unten im positiven Szenario machen sollte, hat er nicht bedient. Ja, und steckt jetzt hier so halb noch drin. Ich denke, da kommt es am Freitag bestimmt noch der Gebkloss hier bei 9.15. Das sieht mir noch nicht fertig aus. Ja. Stand hier bräuchten wir jetzt Kurse Tagesschluss über 19.100 mit grüner Tageskerze, um das Ding zu drehen, um wieder aus dem schwachen Eindruck rauszukommen. Das ist nicht viel Aufwand, den er dafür zum Freitag machen müsste. Aber er müsste ihn machen. Und die ganzen letzten Tage hat er das nicht hingekriegt, hier wohl die Signale zu stellen. Deswegen würde ich im Zweifel erstmal warten, dass er weitere weitere Tiefs nachlegt. Sollte aber von 9.15 hier einen frühen tiefen Start reinsetzen auf den Freitag und sich dann bis Abend über eine 19.100 rübergedrückt kriegen, muss man ganz klar sagen, wäre es fast ratsamer, die Shorts abzubrechen und auf Long Montag, Dienstag, Mittwoch nochmal hochzuschließen. Ja, also hier jetzt so eine grüne Tageskerze vom Gebkloss wieder über die Kante hier drüber oder am besten noch über die Kerze drüber. Wäre natürlich ein starkes Long-Signal für die Trendfortsetzung, die Aufwärtstrendfortsetzung, da hatten wir gestern auch drüber gesprochen, dass die noch aktiv ist. Aber wie gesagt, das muss so eben auch eintreten. Und solange das nicht eintritt, würde ich alles, was hier unter 19.100 nach unten kleckert, neue Tiefs, tiefere Tiefs, tiefere Hochsausbildung, würde ich eher short sehen. Ja, also eher noch nach unten. In die 9.15 und mein Gott, auch weiter. Ja, also 8.60, 8.100, das ist doch hier alles jetzt leicht erreichbar. Ja, das ist alles leicht erreichbar, wenn er jetzt hier weiter nach unten putzelt. Ja, also von daher noch keine Entwarnung. Wir sind erstmal noch in der kurzfristigen Abwärtsbewegung. Der übergeordnete Trend ist so noch nicht angeknackst. Ja, das heißt, kriegen wir eine saftige Umkehr, müsste man sich dann auch einfach nochmal ein bisschen wieder drehen. Ja, da muss man sich drauf vorbereiten. Sonst gelingt einem das nicht. Ja, sonst reagiert man instinktiv und steht dann Freitag. Freitag irgendwann, irgendwann, ich sag mal, nach 17 Uhr im Markt drinne und denkt, man hat einen supergeilen Short erwischt irgendwo bei 19.50 oder 1940, weil man denkt, ja, da ist jetzt vom Tief viel zu hoch gekommen. Denkt, man hat einen supergeilen Short erwischt und dann steht man Montag plötzlich 100, 200 Punkte minus. Das wäre halt so ein Klassiker für den Freitag. Ja, und von daher, ich würde mich jetzt nur wiederholen. Wir haben oben einen Bereich um 19.100. Der ist jetzt quasi wie ein Trigger nach oben, ein Long Trigger. Ja, dann hätten wir auch das Gap hier bei 1.50 zu schließen. Gut, das wäre ja nochmal eine kleine Shortmarke. Aber dann, um das auszuspielen, müsste er eigentlich steigen. Ja, er müsste direkt Freitag früh steigen, in die 1.50 rein und dann fallen. Das wird er wahrscheinlich nicht machen. Der geht bestimmt erstmal nach unten. Ja, und wenn er, wenn er hier unten war und er rennt dann hier oben hoch, dann hat dieser Gap Plus ja auch nicht mehr so viel Umkehr gewalt. Ja, also, ich denke, wir kriegen jetzt noch die 9.15 zugerammt am Freitag. Dann gucken wir mal, wie er von dort wegkommt. Ja, wie viel Dynamik das ist. Die, äh, 19.20 hat er jetzt erstmal mehr oder weniger nicht gebraten bekommen. Er hat das nicht hinbekommen, sich von dort einen schönen Umkehr zu stellen. Ähm, und ihn vor allen Dingen nicht zu halten. Ja, Tagesschluss jetzt auch drunter. Darf man als Scheitern ansehen für diesen Versuch. Der nächste ist jetzt hier und dann, ja, geht's Stück für Stück weiter. Okay. Ich mache hier zu und wünsche euch viel Erfolg am Freitag. Ähm, gutes Gelingen und dann hören wir uns in der Analyse für den Montag wieder am Sonntag. Bis dahin. Tschüss. Hier geht's. Jтесь, ihr seid. Liebingen und hier haben sie, bis zu diesen Versuch. onsider, bis zum Dienstするgangenen, bis zum Dienst zu Robert, I was geb Mercedes und ich wieder bei einem Untertitelung des ZDF, 2020